Junge ist mir der scheiß Unbekannte auf den Sack gegangen. Also das scheiß Telefonat hätte man sich auch sparen können. Meine Fresse. Also wenn ich so eine dumme Aktion schon fahren kann, dann ganz ehrlich, dann brauche ich ein bisschen Hilfe. Hey, Seth, spiel mal nicht hier so am Handy. Ich brauche gute Mitarbeiter, wo kann ich die finden? Chef, ich würde bei Los Santos gar nicht vorbeischauen. Dort soll es angeblich einen fehligen Fahrer geben, der sogar auch mit dem Unbekannten was zu tun hat. Also da würden sie wirklich Glück haben, wenn sie den treffen. Das ist eine gute Idee, aber vorher werde ich noch meinen grünen Saft sippen. Wenn ich einen Mitarbeiter suche, mit dem ich was Verrücktes machen möchte, wo würde ich als erstes suchen? Genau hier. Perfekt, den nehmen wir. Hey, Bruder. Ja, was ist? Ich habe da so einen netten Anruf bekommen letzte Woche. Der Typ, der ist mir so ziemlich auf den Sack gegangen und der hat eine dumme Forderung gestellt und der hat mich ziemlich an den Eiern, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Was für ein Typ? Sagt dir der Unbekannte was? Der Hurensohn, der Hurensohn hat meine Karre zuschrottet, nur weil ich in seinem Geschäft reingepfuscht bin. Also ich bin dabei. Ist mir egal, was du brauchst. Waffen, Autos, Panzerung, alles habe ich. Perfekt, du bist eingestellt. Ich muss mich aber noch mit einem anderen Kollegen treffen. Ich gebe dir dann Bescheid. Ich glaube, dann können wir jetzt eine Rückblende mit deiner Geschichte erzählen. Was meint der denn, egal? Tag war zu schön. Melisa, schönen Abend dir noch. Ich komme dann nächstes Wochenende wieder. Nein, mein Wagen. Nein, das gibt es nicht, mein Liebling. Nein. Oh Gott, der Wichser, ich bring den um, wenn ich den mal finde. Oh, Stück Scheiße. Ein paar Sekunden später. Was mache ich jetzt? Ein Wagen. Was für eine Scheiße, mach die Falte lackieren. Was für ein Kacke. Oh, du Wagen. Das Wagen, das mache ich jetzt. Das wird so teuer. Erst mal Feierabend. Oh nein. Ich färb da noch mindestens. Oh ja, ich meine, ich starte deine Haut, das wird so teuer. Auf jeden Fall rufst du mich an und dann treffen wir uns, okay? Alles klar. Also dann, hau rein. Oh, hoffentlich kommt meine Kollegin hier noch zum Termin. Hey, da ist er ja. Mit dir habe ich noch ein Hühnchen zu rufen. Was denn? Hier. Au. Wofür war das denn? Sieht das aus wie Paul Walkers Auto? Wo ist da Silber und Blau? Hä? Ach, komm. Wo? Ich wollte mal was. War der Praktikant wieder dran oder was? Dieser verrückte, weiß was, ich nicht was. Äh. Oder was? Sieht das aus wie Paul Walker, Silber, Blau? Nein. Nein, okay, okay. Warte, warte, warte. Robin, komm, wir machen das so. Ich habe gerade wirklich Stress. Wirklich mega Stress. Du könntest mir, deine Fähigkeiten könnte ich gut gebrauchen. Immerhin haben, guck mal, wir tragen seinen Pulli. Guck mal, ich habe da einen Typen, der geht mir auf den Sack. Und wenn wir das durch haben, dann kümmern wir uns um deine Lackierung, okay? Sag mir nicht, dass das dieser komische Unbekannte ist oder so. Der hat bei mir letzte Woche auch schon versucht, irgendwas zu drehen. Mit dem mache ich nichts. Nein, 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 der gehört nicht dazu. Nein, 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 natürlich nicht. Ich würde dich natürlich nie verarschen, mein Idiot. Das habe ich gehört, was war das? Okay, ich rufe noch einen Kollegen an und wir treffen uns dann bei mir in der Werkstatt. Okay, sag Bescheid. Natürlich. Ruf mich an. Scheiße, Mann, das war doch, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Nichts denn das. Also, wir haben ja ein ganz wichtiges Problem. Es gibt hier einen Typen, der heißt Der Unbekannte und der hat mich erpresst und er möchte dann... Hey, ich bin gerade einen Briefinger machen. Halt's Maul. Ist mir egal, was er ist. Ich kenne den Mixer, ich will nur Rache haben. Wir müssen in so ein scheiß Untergrundgebäude rein und einem Typen in die Fresse boxen. Ich kriege kein Geld dafür und ich will diesen Idioten irgendwann erledigen. Warte mal, warte mal. Verstehst du richtig? Das heißt, wir arbeiten am Anfang für ihn. Ja. Kriegen wir keinen Lohn, gar nicht. Scheiße, ich habe doch gesagt, er ist nicht gut, Jungs. Unser Plan ist es, ihn irgendwann zu stürzen. Ich weiß, Nancy, auf dich kann ich zählen. Du hast eine persönliche Geschichte. Robin, bist du mit dabei? Ich weiß es noch nicht. Erst, wenn du mal meine Lackierung in Ordnung bringst. Ich kann deine Lackierung nicht machen. Wer macht die denn sonst? Wie? Ich? Ich hatte den Skyline hier in Aufbewahrung gebracht und wollte ihn blau-silber haben. Ja, ich bin der Maiko und ich bin auch dabei. Was? Wer ist das denn? Ist das der unbeholfene Praktikant, der in meinem Auto rumgefuscht hat? Nein, ist er nicht. Das war einmal. Ist das irgendwie so ein Leihwächter jetzt? Irgendwie für den Unbekannten oder wie? Dein Kontrolleur oder was? Ist das eine Falle? Nein, eigentlich nicht. Ich kenne ihn nicht. Wenn die Zahlung stimmt, mache ich alles. Okay, du bist eingestellt. Ich hoffe, du machst keinen Fehler, Alter. So weit? Oh, er ist tot. Ja, wir müssen hier runter. Eine abgetragene Schuld an der Gesellschaft später. So, Team, das ist die Stelle. Apropos Team, wo ist der A? Ah, da kommen sie ja. What the hell? Also, als Profifahrer würde ich euch sagen, anders parken, Jungs. Das sieht scheiße aus. Warum? Hier raus, da rein, wegfahren. Ja, weiß man nie. Immer allzeit vorbereitet sein. Dann mache ich die Hybridversion. So, Jungs, Waffen raus. Das wird eine harte Schlacht. Unsere Gegner sind Elite-Agenten. Was labert der da? Angriff. Jungs, darf ich euch jetzt kurz noch was fragen? Wieso hat die Frau so eine männliche Stimmung? Komm, wir springen nicht aus T-Heiland. Du, willst du mich jetzt verarschen? Zugriff. Maske vergessen. Sterb, ihr Schreiche. Konntet ihr keine richtige Maske leisten? Nee, ich habe gar kein Geld. Oh Gott, das ist ein Junge. Dann habe ich gerade nicht viel. Mein Geld ging für Autos und Waffen aus. Das postumierte verdient man nicht. Du bist Stripperin. Du bist Stripperin? Geil, sag mir, jetzt nicht in den Club hier. Mit Michel? Boah, dass ich dich noch nicht gesehen habe. Ich meine, ich bin da nicht. Ich habe dich öfters gesehen in der Bar. Ey, Alter, sag es nicht weiter, ja? Ich habe eine Frau und ein Kind. Diese Organisation. Arbeiten hier überhaupt keine normalen Menschen? So, Jungs, da ist die Zielperson. Yo, was seid ihr denn für eine Opfer-Gang? Und warum hast du nicht mal eine richtige Maske auf? Das war gerade noch mein Mittagessen. Robin, hau überall weiter rein. Gute Arbeit. Scheiße, Mann. Hör auf, bitte, bitte. Ich gebe dir die Infos, die du haben willst, aber nicht schlagen. Scheiße, Bruder. Hier, nimm. Aber bitte hau mich nicht. Ein Schlag und schon redet der. Du sollst lieber nicht in der Kuh haben, Jungs. Los, Rückzug, Jungs. Wir besorgen uns jetzt vom Standort die Kohle. Dann gehen wir doch nicht so ganz leer aus. Mike ist ein super loyaler Soldat. Hält's Maul, ist dabei und will einfach nur so ein Cash haben. Schnauze und Baller, du lieber auf die Feinde, Junge. Vergiss mal, wer dich eingestellt hat. Du hast mich gar nicht eingestellt. Du hast mich um Hilfe gebeten, ja? Okay, Jungs. Oh, der Mike ist ein richtiger Profi. Kopfschuss. Nimm mich mit, Junge. Ey, das war mein Wagen. Ja, du sollst ja mich mitnehmen. Tschüss, ich fahre allein. Ach so. Soll ich dich lieber mitnehmen? Mein Wagen ist etwas gepanzert als deiner. Du, Robin, ich wusste jetzt was gestehen mit der Lackierung. Was? Du warst das? Ja. Ich wusste es. Leck meine Eier! Mike, mir gefällt deine Maske. Jawohl, mir gefällt deine Maske auch. Du bist mir zwar unsympathisch noch, ich vertraue dir nicht, aber... What the fuck, heiratet doch, ey! Wenn ihr euch schon Masken-Geständnisse hier macht. Was war das denn? Ich liebe deine Maske. Ey, du sollst nicht über den Bock, ich noch nicht zuhören, ja? Also, Schnauze da auf den billigen Plätzen. Wo seid ihr denn? Wir sind schon hier auf dem Gebiet. Wir fangen an, schon zu suchen. Ja, wir haben für euch ja die Polizei abgelegt. Eine Stunde später. Wo seid ihr denn sogar lange gewesen? Ich will es ja auch wissen. Los jetzt, Mann! Die Kohle gehört uns, Jungs. Der Unbekannte weiß davon nichts. Das heißt, wir haben ihn schön ausgedribbelt. Sehr gut gegraben, Alter. Mit zwei Händen weg. Wir müssen das Scheiß-Dreck erstmal verkaufen, damit wir das Geld bekommen. Auf zu Rewe. Papa-Platte ist ein kompletter Spast. Der gibt seinen Großteil seines Geldes einfach für dumme Scheiße aus. Eigentlich müsste ich jetzt nur so Rewe eingeben und dann einfach nur damit alles aufklicken. Weil da Rewe steht. Jungs und Robin, es ist einfach alles super. Wir haben Kohle bekommen. Ich muss noch aufstellen, ich muss eine andere Umsatzposition finden. Ist das denn scheiß Ernst? Ja, das trinkt an den Eiern. Leute, perfekte Arbeit. Jetzt müssen wir uns nur noch um diesen Bastard von Unbekannten kümmern. Und wenn wir diesen Idioten da weg haben, haben wir alle unsere Freiheit wieder. Außer Mikey, der Weihre wieder dabei. Da kann ich ein bisschen Geld jetzt bezahlen für die Reparatur. Ich hoffe, ich kriege noch die richtige Farbe. Ja, ist ja gut, wenn der Unbekannte tot ist. Dann kümmern wir uns um die Farbe. Fickte Scheiße. Fickte Scheiße. Fickte Scheiße. Fickte Scheiße. Fickte Scheiße. Vielen Dank.